Ach, ja? Ja, auf den Balkon holen! Deutscher Meister 2015 ist zum einen Ladies First Manuela Zinsberger, die Hunde greifen schnell in der Tränenal, aber da kommt das östere, die Manuela und Pippe Träner! Unser Torhüter! Wahnsinn! Schau her! Ich meine, der Pippe ist eh ein Mann wie ein Baum, aber schau mal, in der Krachmeter! Kannst du dir das wirklich? Sehr! Okay, alles wohl! Das passt! Das ist gut! And it looks really good, Pippe, really!